Ja, Momo-Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir werden einmal ganz kurz hier Kackbratze beobachten und das Radio ausmachen. Wir haben hier schon zwei Zettel und ein Blaupauser-Walk gefunden. Baseballgranate, uh. Bauplan, Räder mit Rüstung, Taschen. Ja, können wir die Taschen rausbauen und dann irgendwo reinsetzen? Oder ziehen wir sie einfach direkt an? Hallo? War das jetzt nur so ein Aufsatz oder was? Na gut, gucken wir uns die erste Nachricht hier an. Pfadfinderhandbuch. Benefizveranstaltungen. Aha, Benefizveranstaltungen und das Sammeln von Spenden sollten möglichst die Gemeinde auf irgendeine Art und Weise mit einbeziehen. Kuchenbazaare, Laufwettbewerbe, Restaurierungs- oder Säuberungsprojekte sowie Innovationsmessen und interne Wettbewerbe können als Anlass zur Interaktion mit der Gemeinde dienen und Engagement und Gemeinschaftsgefühl fördern. Sämtliche Benefizveranstaltungen oder Aktivitäten zum Sammeln von Spenden erfordert die Erlaubnis eines Erwachsenen. Unaufdringlichkeit. Wir wollen die Gemeinde zu uns bringen und sie nicht mit billigem Tant belästigen. Wir wollen der Gemeinde unsere natürliche Umgebung näher bringen. Ausbildung und Schulung. Benutze das Gelernte, um Mitglieder der Gemeinde auszubilden. Die meisten von euch wurden in Erste Hilfe ausgebildet. Schulungen in erster Hilfe und Überlebenstechniken sind eine hervorragende Möglichkeit, um Geld aufzubringen. Pfadfindern. Ist es untersagt, Pharmazeutika oder überschüssige Handelsprodukte zu verkaufen? Auch das Anbieten von Schutzdiensten oder die Beteiligung an kriminellen Aktivitäten jeglicher Art sind strikt verboten. Ich habe keine Munition mehr dafür, ne? Das wäre jetzt eine ziemlich überflüssige Nachricht, oder? Beim Kochen, an einem kleinen Lagerfeuer oder auf großen Pfadfindertreffen gibt es verschiedene wichtige Faktoren. Hygiene. Es kann natürlich schon etwas schwierig sein. Hygienebedingungen von Restaurantniveau zu erreichen, aber ein paar Richtlinien sollten dennoch befolgt werden. Saubere Kochtöpfe und Pfannen. Haben wir nicht. Kochtöpfe und Pfannen müssen immer und vor... Ne, müssen immer vor und nach dem Kochen gereinigt werden. Die Pfadfinder, die ihr bedient, sollten ein einfaches System zum Putzen des Geschirrs haben. Dazu eignet sich am besten das Drei-Eimer-System. Der erste Eimer dient dazu, Essensreste aufzuweichen und zu entfernen. Der zweite Eimer enthält Wasser mit Spülmittel zur Bekämpfung von Bakterien. Und im dritten Eimer wird das saubere Geschirr mit lahem Wasser abgespült. So sollte man das eigentlich auch zu Hause regeln. Man hat ja zwei Becken. Im Idealfall machst du halt die Teller vorher, also nach dem Essen direkt einmal kurz mit Wasser abspülen. Und beim Abwaschen packst du sie dann erstmal in ein Wasser mit Spüli. Machst die da sauber, packst sie in sauberes, klares Wasser, damit da das Spüli abgeht. Aber wer macht das heutzutage noch? Wir alle ziehen uns Spüli rein zum Essen. Nahrungssuche Ein Pfadfinder pioniert zu sein, bedeutet auch, dass man lernen muss, was in der Natur essbar ist und was nicht. Das viel zitierte Leben von dem, was die Natur uns bietet. Wenn ihr euch bei etwas nicht sicher seid, lasst die Finger davon. Fragt den Anführer eurer Gruppe oder einen anderen Pfadfinder, der schon das Sammlerabzeichen erhalten hat. Unterwegs Bevor ihr aufbrecht, vergewissert euch, dass eure Nahrungsverräte für die doppelte Distanz der geplanten Strecke ausreicht und dass jedes Mitglied eurer Reisegruppe angemessen ausgerüstet ist. Leichte Snacks aus Nüssen und Dörrobst, leicht zu verzehrende Gerichte wie Sandwiches sollten immer dabei sein. Seid kreativ. Tauscht euch mit den anderen Pfadfindern aus und überlegt euch zusammen neue Rezepte. Nehmt einen kleinen Beutel mit Gewürzen, mit zum Beispiel Kreuzkümmel, Zimt, Salz, Pfeffer und ähnliches. Eine pfiffig gewürzte, warme Mahlzeitkante im Handtumdrehen, die Moral heben. Ja. So, dann wollen wir das Ganze mal umsetzen, ne? So, abgekochtes Wasser. Ah, ich hab... Holz. Stimmt, ich weiß, wo wir Holz herbekommen. Und wir sollten auf jeden Fall mal wieder Holz sammeln, ne? Ja. Alle Nahrungsmittel. Wiii! Könnte gar nichts herstellen. Cool. Fleisch. Oh, uns fehlt überall Holz. Holz ist eines der wichtigsten Mittel, die wir brauchen, okay? Aber ich glaube, wir kommen an einer Stelle mit Holz vorbei. Äh, wir wollen ja jetzt hier hingehen, ne? Das Holzfällerlager, ist das hier? Flatwoods, ja. Zehn Kronkorken. Pff. Im Leben gebe ich nicht meine Kronkorken aus. Die kleine Strecke können wir noch laufen. Später, mit den hohen Distanzen und ein bisschen mehr Kronkorken, würde das eher was. Und wir gucken gleich mal in unser Inventar, ähm, und gucken, ob wir Sachen verkaufen können. Weil wenn die jetzt alle da unten in Flatwoods rumhängen, dann kann ich da eigentlich einen Verkaufsstand aufstellen, ne? Also rein theoretisch. Ein paar gute Sachen habe ich am Start. Äh, man schießt hier. Okay, äh, gucken wir mal in unser Inventar. Sortieren, Skillsansicht. Waffen. Ach, schade, man kann keine Sachen verkaufen. Okay. Wieso auch nicht? In die Ansicht wechseln, Skills untersuchen, ablegen, sortieren, Favoriten. Schade. Ich will nicht in die Sachen verkaufen, die ich habe. Aber gut, ähm. Wir gehen Richtung Norden. Aber die Gegenstände haben einen Verkaufswert. Keine Ahnung. Irgendwie muss man doch einen Verkaufsstand aufmachen können, oder? Ich muss, ich werde mal nach dieser Folge googeln. Ob Google da irgendwas weiß. Dann holen wir uns doch erstmal ein bisschen Holz. Ach. Das ist ja viel besser, als wenn man, äh, hier den Pip-Boy macht. Weil hier dauert das ewig, bis man im Menü ist. Und, äh, so ist mein instant im Menü. Aber ich glaube, das werden wir so beibehalten. Ist zwar nicht jetzt realistisch oder so, aber... Wer legt denn schon Wert auf Realismus? Ich nicht. Kein Stück. So, ich hoffe, das waren die Flatwoods. Wo wir das Holz bekommen haben. Ich meine, das hört sich schon... Ziemlich nach Holz an, Flatwoods. Und da ist wieder das Eisen. Es ist nachgewachsen. Können es wieder einsammeln. Es ist immer ganz gut, die Stellen mit Eisen zu kennen. Denke ich mal. Oh, hab ich das vorher nicht gesehen? Ja gut, hier gibt es auch nichts zu holen. Hallo? Ist es für mich deutlich nachgewachsen? Anscheinend nicht. Wisst ihr, worauf ich mich freue? Wenn das Spiel released ist... Oh. Wenn das Spiel released ist, ähm... Dann kann ich mich auch einfach mal, wenn ich eine Pause mache, gerade ins Bett legen. Ne? Kann ich mich einfach da erholen? Kann ich einfach zu Bäumen gehen und die anklicken? Oder... Das sind nur spezielle Bäume. Jedenfalls haben wir mal wieder Durst. Hilfsmittel, abgekochtes Wasser. Dann trink was. Was? Ach so. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, hier gibt es keine NPCs. So, wo haben wir das jetzt? Ich bin mal. Hey. Mobbingkreis. Mobbingkreis. WTF. Sprachstatt mal machen. Auf Gebiet. Ich habe 6 Tabletten. Sie bist einfach... Ich spiele jetzt 10 Minuten. Oh, Tato-Pflanze. Ich muss mal ein bisschen leiser reden. Sonst werden wir abgehört. Nein, nein! Hilfe! Hilfe! Alter, wo ist jetzt dieses Holzlager? Also wir sind aus der Vault rausgekommen. Und dann... Wo waren wir? Schwarzbrennerhüttenöl. Ah, hier! Die Gilman-Sägemühle. Da müssen wir hin. So. Ich stelle mal raus aus dem Gebiet. Ah, dann wird einem schon ein bisschen warm, wenn andere Leute einen zuhören. Ja, auch YouTuber haben eine Seele. Ah, guck mal. Ein roter Stern. Hat das was zu bedeuten? Besonderer Loot. Eine Hacke. Schlammbohne. Überlebensgeschichte Sophie. Oh, ich will die Kleidung haben. Läuft das Ding? Fantastisch. Hallo an alle Überlebenden auf diesem Schrotthaufen. Ich bin Sophie. Und hier kommt die unglaubliche Geschichte, die ich überlebte. Wie ging dieser Scheiß nochmal los? Ach ja, richtig. Bevor die Bomben fielen, war ich Bibliothekarin. Und jetzt habe ich ja jede Menge Zeit zum Lesen. Super, oder? Was für ein Glück. Nein, Moment. Vielleicht gehörte ich zu diesen Farmern, die sich jahrelang auf den Weltuntergang vorbereitet haben. Als Teil einer Sekte. Genau. So war es. Nein. Nein. Jetzt habe ich es. Ich war ein süßes, kleines Mädchen, das sich im Super-Duper-Mart monatelang von Katzenfutter ernährte, während gleich daneben seine Äste zerwäßte. Ja. Niemand kam. Keiner. Ich lernte klarzukommen. Das solltet ihr auch. Die Responder sind ein Witz. So etwas wie Hilfe gibt es nicht mehr. Also reißt euch zusammen. Ich sollte mich... Ja, Geschichten aus der Wegekrieg. Aber... Der Keinkopf ist etter Tollidiot ist, der verschwindet aus diesem Loch, bevor die Responder euch das Leben kosten. Lass die Kranken zurück. Wir sind Bessertan. Wer lieber Janna, der sollte hierbleiben und so tun, als ob Rettung kommt. Aber jeder, der noch einen Funkenverstand hat, sollte in die Berge verschwinden und neu anfangen. Derbert hat schon versucht, mich aufzuhalten. Tut mir echt leid, dass niemand mehr da sein wird, der euch beibringen kann, die man scheiße frisst. Macht's gut, ihr Trottel. Hab euch ganz doll lieb, Sophie. Das ist auch, Sophie. So, jetzt reden wir ein bisschen lauter, damit die Russen denken, dass sie hier nicht mehr alleine sind. So. Mit dem Überlebenssyndrom fertig werden. Mit dem Überlebenssyndrom fertig werden. Schritt 1. Lernen Sie, sich selbst zu vergeben. Ich vergebe mir nie. Ich habe eine schwarze Seele. Gästebuch. So, unser Schicksal liegt nun in unserer Hand. Äh, Delbert. Ich, äh, ich, ist irritierend, wenn da im Hintergrund jemand quatscht. Ich brauche Hilfe beim Überbringen einer Nachricht. Nein. Alle quatschen hier. Ich brauche ein falscher Speicher. Nein. Diese Nachricht wurde überbrach. Ich benötige keinerlei Hilfe mehr. Einen schönen Tag noch. Ich kann sie über die Füße. Erstmal den Brahmin anschießen. Ich hoffe, der läuft jetzt amok und tötet alle. So. Einfach ignorieren, dass da jemand labert. Ich weiß, meinem Vater und Bruder geht es gut. Aber ich habe so viele Freunde verloren. So viele. Ich denke ständig an sie. Ich kann nur hoffen, dass es ein paar von ihnen geschafft haben. Das er. Ich hoffe nur, dass es allen in den Walls gut geht. Willi May. Wir nehmen das mit. Wir lesen das zu Hause. Alles klauen. Ich brauche die Mürn. Mit der Datenbank Kontakt mit dem Svondal aufnehmen. Scheiße, die wollen auch dahin. Oh. Oh Gott. Uhrenfrieden. So, was hat er gesagt? Man konnte irgendwie auf Gebiet einstellen, die Sprachsteuerung. Äh, Einstellungen. Audio. Voice chat automatisch. Gebiet. Team. Team. Team werde ich glaube ich eh nicht haben. Ach so, der hatte da mit seinem Kollegen gequatscht wahrscheinlich und hat ihm gesagt, äh, hey, du bist noch im Partychat, du solltest mal auf Gebiet stellen. Ich muss sagen, es ist schon ein bisschen crazy, ne? Also ich könnte jederzeit meinen Sprachchat ausstellen und fröhlich dann weiterquatschen. Aber ich finde es halt besser, wenn andere mich auch hören. Das hat so etwas Realistisches, wisst ihr? Auch wenn es ein bisschen, ich weiß nicht, das ist das. Es hat einfach dieses, dieses, so ein unangenehmes Gefühl, dass da irgendwer rumläuft und die ganze Zeit mit sich selber quatscht. Ich meine an sich, wenn ich jetzt alleine bin, ne, ist das gar kein Problem. Ich meine, ich weiß ja, dass ich hier aufnehme, nur andere wissen das nicht. Gut, kann ja sein, dass ich mit meinem Teamkollegen spreche und, äh, der einfach nicht redet. Ja, nein, so muss ich mir das einfach vorstellen. Dann passt das schon. So, wo sind wir jetzt? In die falsche Richtung laufen, geil. Können wir nochmal durch, durch die Stadt der Hölle, wo alle Leute rumliegen. Ah, ich hätte gerne ein paar Sachen verkauft. Man kann bestimmt handeln, indem man da hingeht und mit ihm handelt und ihm ein paar Sachen anbietet. Aber so einen Verkaufsstand zu haben, wo man sich einfach irgendwie in eine belebte Stadt hinstellt, Oh, keine Ahnung, dass man, dass man vielleicht als, als, ähm, Community sagt, Okay, komm, wir suchen jetzt ein Plätzchen aus und das wird unser Marktplatz. Und da kann man dann so seinen Markt aufstellen und Leute können da durch die Gegend laufen. Das wäre cool. Und ich würde mir wünschen, dass so ein Server ein paar mehr Menschen beinhaltet. Weil hier haben wir jetzt in der Hand von Leute. Ich weiß auch gar nicht, wie man dazu zusammenspielen kann. Erstmal alles mitnehmen. Baumstamm. Verbindungsstange. Okay, wenn, wenn Stämme auf dem, auf dem Boden liegen, können wir sie mitnehmen. Ach, guck mal. Was ist, was ist denn hier los? Wieso ist der Albtot? Tomahawk? Psycho? Boah, zeigen wir, fuck das Geld. Also hier war irgendjemand. Jemand hat das Genietchen erschossen. Das war aber nicht ich, oder? Ah, hier hat jemand sein Camp aufgestellt. Ja, cool. Dann können die alles klauen, was ich will. So, Aluminium. Komm, wir nehmen alles mit. Ich will alles mitnehmen. Komm schon. Bevor der Typ wiederkommt. Ist mir scheißegal. So. Oh Gott, ich bin reich. Dann legen wir uns hier hin. Es geht nicht, schade. Oh. Okay, das passiert, wenn man seine Basis irgendwo in der Halle aufstellt und jemand findet sie. Der klaut dann einfach alles und haut ab. War mir eine Freude. Kann ich wieder schnell reisen? Ah, ich bin überladen. Mist. Ja gut, dann gehen wir noch die Straße hoch. Quälen wir uns hoch. Machen dann, äh... Ihr wisst schon, da? Das Ding jetzt geht nicht. Sondern dann laufe ich zu Fuß nach Hause. So was passiert jetzt, wenn mir die Ausdauer ausgeht. Schade, dass der Typ noch keine Werkbank gebaut hat. Das wär's gewesen. Vielleicht finden wir oben eine Werkbank. Das wär ideal. Da ist mal alles geklaut. Oh. Das ist cool. Das ist einfach nur cool. Hey, guck mal, der ist sogar mein Freund. Hallo, freundlicher Roboter. Wie cool. Einfach irgendwo hingehen und jemanden all sein Zeug klauen, weil er zu dämlich ist. Die Responder brauchen Sie. Versuchen Sie die Kirche in Flatwood. Darum... Ah, die Responder. Hm, so nannten sich doch die Gude vorher. Das merken wir uns mal. So, ich hoffe einfach entständig, dass da oben... Äh... ...ne Werkbank ist. Ist das meine Hütte da? Das ist meine Hütte, ne? Glaub ich. Ne, das ist nicht meine Hütte. Meine Hütte ist da. Der anderen Seite. Dann hat sich da jemand anderes aufgebaut. So, wir sollten noch was trinken. Oh, wir haben es gleich geschafft, Leute. Gleich sind wir oben. Oh, wenn ich das nächste Mal wieder eine Basis finde, ich gehe rein und klaue wieder alles. Apropos, wenn wir über die Brücke gehen... Ich hoffe, das ist... ...ne andere Basis. Ich hoffe, wie entständig ist, dass das eine andere Basis ist. An andere zu beklauen, das macht so viel Spaß. Ah, guck mal, da ist jemand. Wahrscheinlich der Typ, dem ich das Ganze gehört. ...identifizierter Einbringling entdeckt. Beginne Suche. Toll. Ach, wir sind hier, wo wir uns das erste Mal aufbauen wollten. Ich verstehe. Ach, das ist schon wieder der Catz. Den kennen wir noch. Oh, toll, ich werde angeschossen. Nervt doch nicht. So, Übertragungstechnik des verbrannten Aufspürsystems. Hä? Notfallmanagement. Äh, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Dienststelle der nationalen Katastrophenhilfe, um Unterstützung zu erhalten. Hinweis, bei einem Notfall können autorisierte Nutzer Holobänder zur Anforderung eines Vorratsabwurfs verwenden, um sich mit dem automatischen NKH-System zu verbinden. Holobandladen. Ähm. Anforderung eines Vorratsabwurfs. Dieser einmal verwendbare Code darf nur von autorisierten Mitarbeitern der nationalen Katastrophenhilfe verwendet werden. Ja, gut. Ja, cool. Jetzt haben wir es. Sammle Vorräte ein, doch mehr Vorräte. Ist bestimmt das Camp von diesem Katz, ne? Apropos. Hier war doch eine Werkbank, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Oder? Oh, ich glaube nicht. Schade. Jetzt schwöre ich hier können. Hier war eine. BTF-Fussball-Zeit, wann bist du denn da? Vielleicht in diesem Auto hier. Ansonsten wird das gleich ein langer Weg nach Hause. Was haben wir denn hier? Naja. Leider nur Scheiße. Ich will das geklaute Zeug definitiv behalten. Hätte ich mich doch nur hier aufgebaut. Hätte ich mich runtergehen können zu dem jedes Mal klauen? Wir merken uns einfach, wo der ist. Dann kommen wir ab und zu mal zu ihm und klauen ihm seine Sachen. Weil, wir hätten wahrscheinlich nicht alles klauen dürfen. Hätten wir nicht alles geklaut, ne? Hätte er wahrscheinlich niemals bemerkt, dass er beklaut wurde. Und dann könnte man halt immer wieder hingehen. Und immer wieder so ein bisschen was klauen. Ah, schade. Egal. Ja, gut. Das war ja so. Ich mein. Wir werden doch andere Leute treffen. Die wir beklauen können. Von daher. So, wo sind denn die Vorräte? Fruchtbare Erde schon wieder. Okay. Da ist ein Vorratslager. Da können wir auch direkt hingehen. Ist es nicht das, was wir schon eingesammelt haben? Nee, okay. Hier hätten wir wunderbar bauen können. Wir haben hier sogar eine Kupferader. Auf der Kupferader bauen. Moment. Es geht. Es geht. Wir können auf der Kupferader bauen. Cool. Okay. Das machen wir. Oh, ist das geil. Okay. Camp verlegt. Huch, was zum... Camp. Blueprint. Im ganzes Haus, was wir als Blueprint haben. Nicht schlecht. Gelagert. Ach, das haben wir alles gelagert. Ach, das ist mein Camp, was ich schon gebaut habe. Ah. Ich sehe leider nichts. Überschneidung mit bestehenden Objekten. Das heißt, wir können tatsächlich unser ganzes Camp dahin tun. Das Problem ist, wir können hier wahrscheinlich auf der Kupferader nicht bauen. Nee. Also rein theoretisch. Können wir es aber zubauen. Hier so. Hallo? Ich krieg's nicht wieder. Okay, das ist kacke. Aber egal. Wir können ja unser Camp einfach rum platzieren. Da oben können wir wahrscheinlich nicht bauen. Ähm. Da oben können wir wahrscheinlich nicht bauen. Aber ich würde halt wirklich gerne an so einer Ader einfach, äh, bleiben. Na komm, Bau-Modus. Bau-Modus aktivieren. Danke. Ich kann hier leider nichts verbauen. Ah, schade. Ich hätte es gerne hier an der Kupferader gehabt. Und das ist auch ärgerlich. Aber gut, dann müssen wir woanders bauen. Aber, jetzt wo wir unser Camp eh verlagert haben, kann ich auch hier mal kurz hingehen und da meine Sachen lagern. Also ich werde immer meine Sachen hier in diesem kleinen Ding lagern. Weil alles andere wäre sinnlos. Wieso war mein Camp leer? Darf man das nicht in seinem Camp haben? Wieso war mein Camp leer? Einmal schönes Zeug. Das kann auch nur 400 fassen. Okay. Wir machen einen Test. Ich meine, wenn ich alles verliere, dann. Oh mein Gott, ist das halt so. Eventuell spawnt auch einfach eine Truhe in dem Haus. Keine Ahnung. Oder vielleicht habe ich dann ein Haus. Weiß es nicht. Ich gebe aber nochmal ein bisschen Geld aus, um das Ganze zu testen. Und zwar machen wir das hier so. Wieso kann man dann den schönen Orten nicht bauen? Richtig ikalavt. Hier hätten wir auf jeden Fall ein Holzvorrat. Hier. Auf der Straße. Bitte schön. Hier bauen wir jetzt. Minus 23 Kronkorken. Warum? Hey. So. Jetzt habe ich mein ganzes Haus verlegt. Jetzt habe ich aber keine Truhe. Aber hier ist noch alles drin. Oder wurde ich beklaut? Oh mein Gott. Kann das sein? Ist das wirklich, dass ich auch beklaut wurde? Nee, oder? Stehen wir dich mal ins Haus. Ich wurde doch nicht beklaut, oder? Da habe ich mein eigenes Zeug. Ich muss gucken, ob ich da irgendwas drinne hatte. Ich müsste da eigentlich einiges Zeug drinne gehabt haben, ne? So ne Scheiße aber auch. Also ist hier nicht auch irgendwie das Camp von dem anderen Typen gewesen? Na klar, hier. Da war das Camp des anderen. Das habe ich doch neben ihm gebaut. Ich glaube hier direkt da und zwar, ja. Genau. Hier war der Protektron, der recht friedlich war. Da war das Haus des anderen. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob man aus dieser Campeinheit Sachen klauen kann. Wenn ja, wurde ich auch beklaut. Dann hol mich Willーン. Ich muss mich dann aber machen. Oh, nein. so ist jetzt schon wieder hier alles drinne ich meine ich nehme es gerne noch mal mit oder ist er inzwischen zeit wieder gekommen das camp kannst du nur aktivieren ich hoffe das war nicht sein camp es wirkt so als würde der sachen rausholen oder er ist noch nichts drinne aber gut freunde ich würde sagen bevor der eigentümer kommt wenden wir die folge und sehen uns dann morgen zu einer neuen folge wieder haut rein euer zero tschuss mich Felix ich kann dir jetzt laut ich bl ich bl bl